Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag. Let's play NHL 17. Heute dreht sich alles um das Spiel. Adler Mannheim vs. The Red Bull Munich. Los geht's. Ich bin Mike Emmerich. Die Teams haben auf den Eis und es wird sich um ein tolles Spiel. Die Teams sind gerade bereit. Eddie, was du denkst? Wir haben zwei Teams, die sehr intensiv sind und sie sich nicht sehr interessiert haben. So bleiben Sie gespannt. Ich erwarte noch die Feuerwerke hier. So, los geht's. Direkt den Puck verloren. Da geht direkt nicht gut los. Erster Schuss abgewehrt. Yes, der holt sich den Puck. Versucht es, aber scheidet am Puck. Schön gehalten. Ah, Mist, da geht er nicht schön. Jetzt hat Mannheim den Puck wieder. Und sie setzen zum nächsten Schuss an. So, München wieder. Sehr schön gelöst, aber München immer noch mit der Chance. Jetzt Mannheim. Was machen sie raus? Ah, Schuss wird geblockt. Guck wieder bei München. Guck wieder bei München. Und wieder gehalten. Sehr schön. Guck wieder bei Mannheim. Probier's. Aber ich kriege den Puck nicht durch. Geht. Ah, Schuss wird. Guck wieder bei mir. Ah, Schuss ist weggekehrt. und strafe gegen mannheim wieder gegen behinderung so und jetzt müssen wir das erstmal über die zwei minuten bringen erstmal puck erobert, das ist sehr gut. Oben wir bauen sogar etwas auf und versuchen, es ist gar nicht so schlecht, Munich versucht es hier etwas zu verteidigen, aber puck hier direkt wieder zu Mannheim, oder wieder weggecheckt, puck wieder bei Munich jawoll, schön gehalten so und er puck wieder bei Munich erstmal geblockt jawoll, schön weggecheckt und haben wir die Chance vereitelt Wann macht Mannheim jetzt? Sieht in die Mitte unentschiedenste, das gibt's tolles gegen den puck nicht durch und meiner müsste jetzt wieder komplett sein sehr schön gehalten von Dennis Andras nicht viel Platz zu scoren in dieser Bereich großartig Andras ist sehr stark auf diese Spiel das ist ein guter Schuss ein guter Schuss ein guter Puck aber er ist able zu machen den stoppen Munich hat eine andere Wins hat Look out Und probiert's Puck wieder bei Mannheim und er wieder weggecheckt Oh, und da fällt das 1 zu 0 dann doch Munich führt Coins Quick read of the play allowed him to get that breakaway and score Oh, he's done everything he can here this is a desperation move the puck is almost into an open net yet look how close he makes it So he played a while in this period and finally a goal I was hoping Doc that we were gonna get that first one ah, he's bad so, and it's good so, and now he's able to play back and it's NAB by a good and by number 90 to roll with black pass cut grab great chance ahead jawol, Puck Obert great take dangerous area that's the puck directly away now, priority envelopes on his legs came in hand to hand now, watch out little pass from his goalie here Ah, das war nicht gut gelöst eben. Oh, den muss er doch reinmachen. Das gibt's doch nicht. Wenn er den reinmacht, steht's 1-1. In this game, 1-0. Solid-clean win. Oh, die lassen den einfach da durchziehen. He scores! Und er fällt das 2-0. Keine Chance, wenn der in den das so offen ist. Dann können die einfach durchziehen und dann haben wir keine Chance. Also steht's, 2-0 für die Münchner. Oh, he looked confident on that breakaway right before he scored. Endres has given all he can on this play, Enzo. The shooters just got too much room, despite the desperation attempt. Jawoll, Bully gewonnen. Aber wo passt der hin, Mensch? Der hat war nicht gut gelöst, aber vielleicht gleich jetzt mal. Ach, schade, da steht ein Spieler im Weg. Dann wird's mit 2-0 in die Pause gehen. 1,8 Sekunde noch. So, und somit geht's mit 2-0 in die erste Halbzeit. Goaltenders, 2-0 score and both by the same team. Also sieht auch in diesem Spiel nicht gut aus für uns. Unix strength has been in goal scoring and this one gave them a two-goal lead. That's the one they enjoy right now. We'll have more in a moment. Und wir müssen jetzt im nächsten Ritter ordentlich Tore machen. Damit wir auch endlich mal wieder ins Spiel gewinnen. Ah, das klappt halt nicht, wenn du jedes Ding verlierst. Ja, wohl, in Abseits. Ja, wohl, in Abseits. Ja, schade. Ah, schade. Wo geh den Flussed? Wo geh den Flussed? in der sache unix quick on the draw Manche muss mich noch festhalten, boah, warum passt du hin, Mensch! Sieht nicht gut aus wie die Mannheimer. Jawohl, erstmal festhalten. Wir dürfen nicht weiter in Rückstand geraten. Damit wir am Anfang könnten Punkte zu machen, also Tore zu schießen. Ohne tolle. Great glove grab. Woah, was able to get the glove on this excellent scoring chance. Looked like he had him beat. But he is in good shape and he makes an incredible glove stop. Jawohl, sehr schön. Puck geholt. Und Puck ist gleich direkt wieder weg. Wieso geht er nicht an den Puck? Sehr schön. Puck ist wieder bei Mannheim. Das gibt's doch nicht. Sehr schön. Nimm die Band damit. Mensch, dass die nicht reingehen. Das ist schön gehalten. Oh, aber wir haben den Puck gehabt. Aber wir kriegen ihn sowieso nicht durch. Ein Tor müssten wir zumindest mal machen. Gathering den Puck. Nachher ist tatsächlich noch zu müssen. Und die Puck. Das ist's. Was ist schon der Puck. Dann kommt der Puck. Wollen wir nach dem Sitz. Ja. Schaut. Was ist herramientlich? Was ist das? Das geht gar nicht. Ah, schade er hängen geblieben. Sehr schön. Gehalten. Ja, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich dieses eine Tor auf jeden Fall noch in dem Drittel mache. Sehr schön. Da holen wir uns endlich mal den Druck. Das gibt's doch nicht. Wieso gehen die Dinger nur vor ein? Verstehe ich's nicht? Nein. Fehlt das. Sehr schön. Noch ist Zeit. Aber so langsam muss jetzt auch mal was kommen. Da hat dann zum Schluss noch einen mitgekriegt. Aber sieht momentan nicht gut für uns aus. 2-0 steht's immer noch. Jetzt ist Drittel. Drittel muss es entscheiden. Ja komm, wir probieren den Ausgleich noch zu machen. 2-2. Und dann gehen wir in den Meter schießen rein. Achso, wir versuchen uns nicht. Wir geben immer unser Bestes. Ah, so nicht. Naja, so auf jeden Fall nicht. 3-0 für die Münchner. Jeremy Flagg. Naja, so Tore muss man halt verhindern, wenn man den Ausgleich machen will. Das gibt halt so Momente, da geht bei mir gar nichts, während der Gegner dich übertrumpft. Aber es ist noch Zeit. Wir sind in der 3. Periode. Für die Opposition, zumindest das ist Fortun. A Klein hat eine andere in einer langen Liste der Fase-Off-Wins. Jerome Flach. Assistent bei Nummer 2. Deering Flach. Der hat die Punktpacks. Der hat die Punktpacks. Great save am Ende der Krise. Jawoll. Oh, der fällt schon. Es ist 4-0. Oh, du Scheiße. Jetzt ist wirklich gerade Achterbahn, die nehmen uns auseinander. Das seht ihr. Wir machen alles und es geht aber überhaupt nichts. So, spiel das mal unter Brocken. Es gibt noch mehr Möglichkeiten als das. Great save. You can't ask much more from your goaltender than this. That's an excellent wrist shot that he's able to deny. Just a hair under four minutes gone. You can see momentum in this game. It has shifted and it is expanding even more. The advantage is four goals. Outstanding save. What magic even to get there and get the shot off. Yes. Yes. There is a shot. 4-1 now. But what a goal, guys. And it's time. Daniel Sparre. That puck looked like it got deflected right in front of the goaltender. There is a lot of pressure on the goaltender. There is a lot of pressure on the goaltender. There is a lot of pressure on the goaltender. There is not a lot of time left in the game. But maybe they can fine tune a few things for next time. The ball is running out of the goaltender. There is a lot of pressure on the goaltender. Very nice. Yes. 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 bei so Pässen. Das war nicht gut. Jawoll! Sehr gut. Ja, Mist. Schade, da geht auch keiner. Sehr schön! Jawoll, jawoll, komm her! Jawoll, hat ihn immer noch. Dann verliert er ihn. Und er schaut auf seine Optionen. Schade auf die Bench, Arm noch in der Luft. Substitution gemacht. Das ist natürlich blöd. Jetzt sind wir wieder in unserer Zahl. Das ist gar nicht so gut. Das ist ein kleiner Penalty hier für Interferenz. Du musst in Kontrolle sein. Du kannst nur aufhören und aufhören. Especially wenn sie keinen Puck haben. Christoph Ullmann. Natürlich gegen Chemwehr. In rapidiateren Tüten. Na, das schafft man nicht mehr. In vier Minuten. Sehr gut! 4-1. Das werden wir leider verlieren. Ah, schade. Das ist halt der Held halt alles. Der eine ging jetzt mal glücklicherweise durch, aber... Ja, schade. Okay, weiter geht's. Komm, geh durch. Schade, da steht keiner. Ah, abseits. Okay, es reicht aber noch. Die Zeit reicht noch, dass unser Mann zurückkommen kann. Das sind die Team. Das haben wir noch mal gehalten. Ach, schade. Zumindest sind wir jetzt noch mal komplett, aber... eine Minute 55 Uhr noch. Schade, das Suchdinger müssen halt da noch mal reingehen. Aber wie gesagt, ich hab's ja schon angesprochen. Der hält da einfach nur alles. Ich hab's ja schon angesprochen. Und da fangen wir uns das nächste ein. 5-2-1 jetzt. 10-1, jetzt ist es. 4-3-2. Das ist das. 5-4-1. 5-4-0. 5-4-0. 6-5. Jawoll. Oh, aber was sein Pass. Der kommt sogar noch an. Oh, schade gehalten. Schade, wir kommen nicht durch. Werden aufgehalten. Ah, er ist direkt zum Gegner. Oh, der hat brecht. Oh, in den letzten Sekunden wird es nochmal spannend. Obwohl das Spiel eigentlich schon längst entschieden ist. Und dann verlieren wir 5 zu 1 gegen die Münchner. Oh, man. Ja. Ja, und damit haben wir das nächste Spiel hinter uns wieder ein Spiel verloren. Wir müssen jetzt einfach anfangen, mal Punkte zu sammeln. So rum. Oh, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Ja, ist schade. Wir können uns nicht durchsetzen. Was ist denn das? Im nächsten Spiel ging es gegen Bremerhaven. Ach, die Scheiße. Das gab es ja noch nie. Die gab es das letzte Mal noch nicht. Also, soweit ich weiß. Alter. Oder die gab es doch. Die gab es im letzten Spiel noch nicht. Also, im nächsten Spiel heißt es da, ein Adlermannheim versus Bremerhaven. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mähdö.